Leute, ich mache jetzt kurz ein Video, wo ich im Pool bin. Wir hatten vorher einen Wasserläufer im Bad. Jetzt bin ich im Pool. Ich setze mich da kurz auf. Dazu muss ich so kurz die Latte. Ich habe es geschafft, jetzt zieht ich den an. Ich habe gesagt, ich mache einen Video, wo ich im Bad bin. Ich kann hier oben sitzen bleiben. Ich spreche nicht so, ich muss mit der Vorlehne. Okay. So. Ich bin im Bad. Der Rocky hüpft ja die ganze Zeit rum. Der Rocky fällt fliegen. Und ich bin im Pool. Und gleich kann ich euch sagen, wie kalt oder wie warm das Wasser ist. 22 Grad. Das Wasser 22 Grad. Ich lehne mich jetzt wieder ein bisschen zurück. So. Dazu muss ich jetzt da. Okay, das war vernünftig. So. So. Jetzt bin ich ruhig. So. 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 Go ahead. Gehen. So. Leute. Ich habe ein Handy in der Hand. Wenn sich das ins Wasser fliegt habe ich ein PRO-POS- Cobrasch. ich habe auch meine brille auf rocke was machst du also ich mache jetzt sechs minuten und dann leide ich es hoch dann muss ich wo anhängen rocke was machst du da hinten was machst du da ich weiß jetzt nicht ob er gesehen hat aber er war dahinten und hat irgendwas gefressen ich werde auf jeden fall noch öfter wieder zum pool kommen ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin die das ist Okay, ähm, sag ich, ey, ich kann mal tschüss. Ich geh aber nicht raus, aber ich muss kurz rausgehen, damit ich jetzt Handy anhänge. Okay, sag ich mal tschüss. Tschüss.